Es ist Montag, der 21.08. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zur Entwicklung von Wall-Street-Memes und dem Verbot von Tornado-Cash. Ihr erfahrt von der Klage gegen Sotheby's und Yuga, warum der Bitcoin-Kurs fällt, sowie einem möglichen Systemfehler bei Shiba Inu Coin. Und neben unserem täglichen Blick auf den Crypto-Chart und den Floor-Preisen auf OpenSea, schauen wir auf erneute Vorladungen der SEC und dem Abgang von Finn Degotz. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Starten wir in den Montag und leiten zugleich die neue Woche ein, indem wir uns heute mit einem Coin und einer Bewegung auseinandersetzen, die wir in den vergangenen Wochen schon mal besprochen haben. Und zwar rede ich von dem Projekt und dem Meme-Coin Wall-Street-Memes. Schon jetzt ist es nämlich so, dass der Hype um den neuen Meme-Coin etliche Erwartungen übertroffen hat, denn der Vorverkauf zum Sale hat bereits jetzt schon beeindruckende 23,5 Millionen US-Dollar eingenommen. Doch das ist nicht alles, denn neben der starken Tokonomics und dem viralen Konzept hat sich gezeigt, dass sogar immer mehr Kryptowale in Wall-Street-Memes investieren. Ein Beispiel ist hier, dass ein einziger Großinvestor innerhalb weniger Minuten fast 850.000 US-Dollar in den Wall-Street-Memes-Token gesteckt hat. Wenn wir uns das mal vor Augen halten, müssen wir in der aktuell anhaltenden und natürlich auch generellen Markt- und Makrosituation sagen, dass ein Vorverkaufsergebnis von 23,5 Millionen US-Dollar für die meisten Projekte schon eine beachtliche Summe ist. Doch mit der starken und aktiven Community von mittlerweile über eine Million Menschen in den sozialen Medien hat Wall-Street-Memes anscheinend noch größere Ziele, denn das Team hinter Wall-Street-Memes strebt sogar eine Marktkapitalisierung von bis zu einer Milliarde US-Dollar an. Erinnern wir uns jetzt mal an die GameStop-Bewegung zurück, die einst zum Zentrum einer wirklich beispiellosen Finanzbewegung wurde, wo sich vor allem die Reddit-Community mit dem Namen Wall-Street-Bets koordinierte, um hier gegen institutionelle Leerverkäufe anzutreten und es dabei sogar schaffte, den Aktienkurs von GameStop in die Höhe zu treiben. Das Projekt Wall-Street-Memes möchte jetzt mit diesem Prinzip in die Welt der Kryptowährung eingehen und mit Parallelen zu Wall-Street-Bets, also der eben genannten koordinierten Reddit-Community, die halt für den damaligen GameStop-Schwung verantwortlich war und einer durchaus enthusiastischen Anhängerstraft, will Wall-Street-Memes Privatanleger hier zusammenbringen und jedem die Möglichkeit bieten, von dieser Entwicklung zu profitieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Meme-Coins, die ihre Community erstmal langsam aufbauen müssen, hat Wall-Street-Memes bereits eine wachsende Anhängerschaft und mit mittlerweile, wie gesagt, über eine Million Followern in den sozialen Medien hat Wall-Street-Memes hier auf jeden Fall schon einen ganz klaren Vorteil gegenüber anderen Meme-Trends. Schauen wir uns mal allein den offiziellen Twitter-Account dementsprechend an von Wall-Street-Memes, dann finden wir hier dort schon eine Anzahl von 260.000 Followern, was ein deutlicher Anstieg ist im Vergleich zu Beginn des Vorverkaufs, als es gerade noch so um die 200.000 Follower waren. Blicken wir dazu auf die Token-Verteilung. So ist es Stand jetzt so, dass sich Investoren bereits im Vorverkauf mit 50% an dem neuen Meme-Coin-Raw-Street-Memes beteiligen können, wohingegen weitere 30% für Community-Belohnung zurückgehalten werden, 10% wiederum sind dann für die Text-Liquidität bestimmt und weitere 10% bleiben dann noch für die Text-Liquidität übrig. Durch diese Token-Verteilung scheint es also durchaus möglich zu sein, dass voraussichtliche Airdrops ein fester Bestandteil des Wall-Street-Memes-Lebenszyklus sein werden, da, wie gesagt, langfristig 30% der Token für Community-Belohnung vorbehalten werden, was natürlich den Vorverkauf und das Projekt gleichermaßen reizbar macht und den Verkaufsdruck von Investoren gleichermaßen nehmen könnte, da das Halten gewisser Token anscheinend hier belohnt wird. Wir sehen und hören also, das Projekt Wall-Street-Memes zieht immer größere Kreise und die Ambitionen des Projekts sind zusätzlich noch hoch. Das Team Wall-Street-Memes bezeichnet sich mittlerweile selbst auf der Plattform X, ehemals Twitter, als die Nummer 1 unter den Krypto-Community-Meme-Coins. Die Frage, die es aber hier wie so oft zu beantworten gilt, können die Ziele von Wall-Street-Memes erreicht werden und kann sich Wall-Street-Memes als bedeutender Meme-Coin auch langfristig im Kryptomarkt etablieren? Ich denke, stand jetzt ein Blick in die Glaskugel, wie so oft, aber das Projekt hat meiner Meinung nach alle Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein, womit wir weiterhin nicht nur mit einem, sondern mit beiden Augen auf das Projekt Wall-Street-Memes schauen sollten. Wo wir jetzt auch beide Augen drauf werfen, das ist in unserer nächsten Kategorie und das ist auf CoinMarketCap, denn dort werfen wir mit beiden Augen einen Blick mit Chris zusammen auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Krypto-Chart. Bitcoin MarketCap zeigt auf Platz 1 der Bitcoin mit 23.935 Euro, macht aktuell ein Minus von 0,83% innerhalb der letzten 24 Stunden, aber ihr werdet es gemerkt haben, innerhalb der letzten 7 Tage minus 12,67%. Auf Platz 2 dort Ethereum 1.533 Euro, ein Minus von 1,24% innerhalb der letzten 24 Stunden, auf Platz 3 Tether USDT bei 0,91 Euro, auf Platz 4 BNB Token 198,70 Euro und auf Platz 5 XRP Ripple 0,49 Euro. Hier ein Plus von 2,85% innerhalb der letzten 24 Stunden. Auf Platz 7 Cardano bei 0,24 Euro, auf Platz 9 Solana mit 19,94 Euro, im Plus der Tron Token auf Platz 10 bei 0,06958 Euro, hier 1,93% im Plus innerhalb der letzten 24 Stunden. Auch der Stellar Token auf Platz 21 ist im Plus mit 5,41%, aktuell liegt er bei 0,11 Euro. Der Hedera Token auf Platz 30 mit einem Minus von 6,25%, aktueller Preis hier 0,05736 Euro. Und schauen wir auch nochmal auf 1,41, dort ist der Maker Token bei 1,014,84 Euro. Hier auch innerhalb der letzten Woche 12,16% im Minus, aber 0,06% innerhalb der letzten 24 Stunden im Plus. Dann wieder 49 und 50, auf der 49 Xie Infinity 4,53 Euro und auf Platz 50 der Sandbox 0,30 Euro. Das war auch wieder ein kurzer Überblick über die Kryptokurse bei CoinMarketCap. Wechseln wir nochmal die Kategorie und kommen zu unseren heiß geliebten Web 3. Kurznews. Ein Gericht in den USA entschied, dass das US-Finanzministerium den Kryptomixer Tornado Cash verbieten darf. Ein Antrag der Gegenseite wurde abgelehnt. Laut dem Gericht sei Tornado Cash ein Unternehmen, das in der Liste sanktionierter Unternehmen rechtmäßig aufgenommen werden darf und da es nicht eindeutig im Widerspruch zu den Bestimmungen des Finanzministeriums steht. Die Auseinandersetzung drehte sich um die Frage, ob das Finanzministerium die Befugnis für ein Verbot hat und ob diese die Redefreiheit beeinträchtigt. Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal kündigte Unterstützung in einem Berufungsverfahren an. Der Kryptomixer Tornado Cash wurde im August 2022 für illegal erklärt, um eine Lücke in der Geldwäsche zu schließen. Der Bitcoin-Kurs verzeichnete am Freitag und am Wochenende Verluste. Besonders bemerkenswert war der Kurseinbruch in der Nacht vom vergangenen Freitag. Innerhalb von nur 10 Minuten sank der Kurs um 2000 Dollar. Diese Abwärtsbewegung führte zu Liquidation von etwa 1 Milliarde US-Dollar im Kryptomarkt und die Gesamtmarktkapitalisierung verringerte sich um 7%. Die genauen Gründe für den Rückgang sind Gegenstand von Spekulationen. Ein möglicher Auslöser könnte ein Artikel im Wall Street Journal gewesen sein, in dem berichtet wurde, dass das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk Bitcoin-Bestände im Wert von etwa 373 Millionen US-Dollar verkauft habe. Andere verweisen auf die finanziellen Probleme der Evergrande Group in New York. Schadtechnisch betrachtet könnte der Kursrückgang durch das Unterschreiten einer wichtigen Unterstützung bei 28.500 US-Dollar erklärt werden. Dies führte zu Liquidation von Long Positions und verstärkte den Verkaufsdruck, der den Absturz beschleunigte. Im Dezember 2022 wurde eine Klage gegen Sotheby's und Yuga eingereicht. Investoren des Bakeart behaupteten, dass beide Unternehmen irreführend die digitale Kunst ihrer NFT-Sammlung beworben hatten. Ein Jahr zuvor hatte Sotheby's 101 NFTs aus der Bored Ape Collection versteigert, wodurch beeindruckende 24 Millionen US-Dollar erzielt wurden. Die Kläger argumentieren, dass diese Auktion den Angeklagten in späteren Darstellungen Legitimität verliehen hat. Sotheby's weist die Vorwürfe energetisch zurück und bezeichnete sie als grundlos. Yuga Labs teilte diese Ansicht und beschreibt die Beschwerde als opportunistisch und ohne sachliche Grundlage. Der Start der Layer-2-Blockchain Shibarium wurde von technischen Problemen überschattet. Spekulationen über Systemfehler und mögliche Netzwerkattacken wurden laut. In einem Update der Entwickler gibt es nun Entwarnung. Wir arbeiten an möglichen Lösungen, heißt es. Die Blockchain werde skaliert, um den starken Nutzerdrang zu bewältigen. Kurz nach dem Launch kam es zu einer Überlastung, wodurch etwa 1,7 Millionen US-Dollar in Ether feststeckten. Inzwischen läuft die Blockproduktion wieder. Chefentwickler Shitoshi Kusama wies Gerüchte über fehlerhafte Anbindungen zurück. Die Aufarbeitung des gescheiterten Kryptoprojekts Terra schreit voran. Die SEC hat eine zentrale Figur vorgeladen. Ein Bezirksrichter hat die Vorladung von Terraform Labs-Gründer Daniel Chin genehmigt. Dabei soll es auch um die Gründe für die Trennung des Zahlungsdienstleisters von Terraform gehen. Laut SEC hat Terraform gefälschte Transaktionen genutzt, um vorzutäuschen, dass Chai die Terra-Blockchain für Zahlungen nutzt. Der Zusammenbruch des Kryptoprojekts Terra im Mai 2022 führte zu einem Schaden von 40 Milliarden US-Dollar. Das waren unsere Web3-Kurz-News. Wechseln wir noch einmal die Kategorie und kommen zu unseren NFT-News. In den letzten Monaten hat der NFT-Markt, insbesondere im Bereich der Profile-Picture-Kollektion, also der sogenannten PvP-Kollektion, starke Gegenwinde erlebt. Eines der bekanntesten Projekte in diesem Bereich, Degurz, erliebte kürzlich eine bemerkenswerte Volatilität. Letzte Woche hatte ich euch bereits über die Zusammenhänge der Season 3 und den Chain-Wechseln berichtet. Die Nachrichten um den Mitbegründer Finn Degurz verliehen dieser Entwicklung noch zusätzliches Gewicht. Finn Degurz, ein Mitbegründer von D-Labs, dem Unternehmen hinter der Kollektion Degurz und dem dazugehörigen Projekt Dudes, hat vor kurzem seinen Rücktritt bekannt gegeben. Als Grund gab er an, dass es Zeit sei, das nächste Kapitel aufzuschlagen. Dieser Übergang soll übrigens bereits im Juli begonnen haben. Bemerkenswert ist jedoch, dass trotz seines Abgangs Finn weiterhin Vertrauen in Degurz und Dudes Ausdrück. Erscheint also, dass persönliche Gründe und nicht etwa mangelndes Vertrauen in das Projekt hinter seiner Entscheidung stehen. Doch das Timing dieses Abgangs inmitten der aktuellen Markt-Turbulenzen führt zu Spekulationen. Rohun Frank Vorra, ein weiterer Mitbegründer von Degurz, betonte, dass Fins Abgang bereits seit einigen Monaten im Gange war. Es gibt keine Anzeichen von Unstimmigkeiten zwischen den Gründern. Vorra erwähnte auch, dass die Entscheidung auf der Tatsache beruht, dass Fins Fähigkeiten nicht mehr mit der Wachstumsrichtung des Projektes übereinstimmten. Einer der Hauptgründe für die Markt-Turbulenzen könnte die jüngste Ankündigung von D-Labs sein. Sie betraf die Migration der Judes-PFP-Kollektion von Polygon zum Ethereum-Hauptnetzwerk und den damit verbundenen Season 3-Content-Drop für Degurz. Diese Entscheidungen führten zu der Rückgabe eines 3 Millionen Dollar schweren Zuschusses von Polygon Labs und lösten eine Kette von Herausforderungen aus. Und wenn du fleißiger Hörer dieses Podcasts bist, dann hast du letzte Woche bereits schon die ersten Informationen darüber direkt nach Bekanntgabe hier erhalten. Der Season 3-Content-Drop brachte zwar Upgrades für NFT-Inhaber, führte jedoch auch zu erheblichem Gegenwind und einem signifikanten Marktabfall sowohl für das Projekt Degurz als auch für Judes. Innerhalb einer Woche sank der Floorpreis des Projekts um beeindruckende 50%. Ein Faktor war der Verkauf von über 325 Degurz-NFTs durch den Whale-Trader Jeffrey Machi Big Brother Huang in 10 Stunden. Obwohl Finns Abgang bereits vor diesem Markt-Tumult begonnen hatte, fügt er den Herausforderungen von Degurz sicherlich eine weitere Ebene hinzu. Es ist eine schwierige Entscheidung in einem umkämpften und unbrechbaren NFT-Markt. Während sich die NFT-Landschaft weiterentwickelt, steuert D-Labs mit seinen Projekten durch die komplexe Web3-Welt, geprägt von wechselnden Marktstimmungen, technologischen Verschiebungen und einem ständigen Anpassungsbedarf. Wie seht ihr eigentlich die aktuellen Entwicklungen bei Degurz? Seid ihr Holder? Seid ihr tiefer in dem Projekt? Oder habt ihr vielleicht gar nichts bisher davon mitbekommen? Lasst uns doch gerne auf unserem Discord eine Nachricht da. Schreibt eure Gedanken dazu. Wir haben auf jeden Fall Lust, darüber zu spekulieren, beziehungsweise auch abzuwägen innerhalb der Community, ob es vielleicht Sinn macht, in dieses Projekt zu gehen oder ob es Sinn macht, sofern man Holder ist, bereits frühzeitig zu verkaufen. Wie gesagt, lasst uns gerne darüber sprechen. Gerne auch in unserem Discord-Call, den wir jeden Mittwoch um 20 Uhr bei uns auf dem Discord veranstalten. Das war unsere NFT-News. Wechseln wir zu OpenSea und schauen uns die aktuellen Top 100 der NFT-Projekte an. Ein Blick auf OpenSea zeigt Platz 1 Board Ape Yacht Club. Aktueller Floorpreis hier 25 E's. Ist aber auch schon wieder 84% vom Handelsvolumen her nach oben gegangen, innerhalb der letzten 24 Stunden. Auf Platz 2 Mutant Ape Yacht Club, 4,57 E's im Floor. Auf Platz 3 D-Gourts, 4,09 E's im Floor. Auf Platz 4 Asuki, 3,75 E's. Auf Platz 5 Board Ape Kennel Club, 1,79 E's. Auf Platz 6 The Captains, 3,73 E's. Auf Platz 7 Ope Pen Edition, 0,58 E's. Auf Platz 8 Oni Force, 0,68 E's. Auf Platz 9 MeLadymaker, 4,34 E's. Und auf Platz 10 Pudgy Penguins, bei 3,87 E's. Dann schauen wir noch ein bisschen tiefer. Auf Platz 20 Mooncats, 0,32 E's. Direkt dahinter Atherdeed Expanded, 0,38 E's. Und 22 Utes, 0,81 E's. Dann auf Platz 24 Othercide Coder, 3,74 E's. Auf Platz 25 Heavy Metal, 0,63 E's. Auf Platz 28 Moonbirds, bei 1,19 E's. Chromie Squiggle, Platz 51, bei 10,49 E's. Auf Platz 54 Cool Cats NFT, 0,63 E's. Dann obligatorisch auf Platz 77 V-Friends, bei 1,85 E's. Und die Garbage Bags, auf Platz 79, 0,13 E's. Dann kommen wir auch zu den hintersten Plätzen. Mutant Hounds, auf Platz 98, 0,09 E's. Auf Platz 99 ist Tone Star, bei unter 0,01 E's. Und auf Platz 100, der 10 KTF Stockroom, 0,03 E's. Das war sie auch schon wieder, unsere Montagsfolge. Die erste Folge dieser Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche. Hoffe, dass ihr eure Ziele, die ihr euch gesetzt habt, auch erreicht. Ich hoffe natürlich auch, dass du das Ziel erreichst, diesen Podcast morgen wieder zu hören. Dass du morgen einschaltest, wenn es wieder heißt, All in NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. engagement. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. �